Yo Leute, zurück zu der Johnny! Jetzt ist es wie ein Bormsley Können wir es gewinnen? Die Bormsley Die Nachfrage gehört zu den absoluten Leistungsträgern, egal ob im Club oder in der Wilkische Nationale. Ein schneller, wendiger Spieler mit einer ersten Bormsley Und an den Mannschaftspann hinzuschauen Und er hat sogar noch Potenzial, sich weiter zu steigern. Und hier haben wir die Aufstellung von Burnley Hier sehen wir Ihnen heute ein klassisches Spiel hierbei. Klassisch deshalb, weil er tatsächlich zwei Fehlerketten aufgestellt ist. Häufig wird es ja eher mit einer Raute gespielt, oder in ganz anderen Formationen. Wie guckt man das jetzt vor? Wucht! Und vor! Was für ein Einstieg ins Spiel für Sie! Erster Schuss, erstes Tor. Kompliment! Klasse vorbereitet der Treffer! Superflacke! Das geht ja gut los hier! Nach fünf Minuten gleich das 1 zu 0! Lassen Sie den Ball laufen, aber jetzt folgen Sie auch mal ein Stück Tumor! Jetzt die Maria am Ball! Sie passt wieder gut! Das muss es sein! Und der Torhüter ganz sicher! Und der Torhüter ganz sicher! Und nun brauche ich an! Jetzt können Sie gefährlich werden! Bösse! Der Torhüter wird gelönt! Jetzt schießt er! Der Torhüter wird gelöst! Der Torhüter wird gelöst! Der Torhüter wird gelöst! Zuletzt ließ es bei Messi, Scherzi ja alles andere als gut zu schieben. Und dann ist sogar noch ein Netzform wohl jetzt. Die letzte Premier League Saison war eine Saison, springt auf den Punkt zu vergessen. Aber jetzt, unser Antonio Conte, soll alles besser werden. Alexander, Scherzi geht hier nach vorne. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Wir spielen viel besser. Sie sind nicht effektiv. Sie sind nicht genug heute vorne, oder Buschi? Stimmt, Wolf. Sind wir auch an der Schutzstatistik. Da führen Sie. Obi Mika. Und Azpilicueta. Hazard-Armball. Er hat auch aufgeschlägt. Er hat auch aufgeschlägt. Der Ball ist weg. Gibt es jetzt einen Gegenangriff. Anna. Jetzt müssen wir aufpassen. Sie können auf der Passkung. Könnte gefährlich werden. Es gibt Ecke. Schenk, ja. Finde. Mastisch. Doch! Herr Kopfball! Eine glatte Ecke, aber leider der Abfluss nicht annähert so gut. Ja guck Wolf, entsprechend ärgert er sich auch. Das war eine richtig gute Gelegenheit. Lange war der Passat! Und jetzt ein Schuss! Gute Aktion vom Deutscher! Chelsea kommt bisher einfach nicht richtig ins Spiel, alles noch recht ungefährlich. Gutes Technik! Marnie! Relaktanter! Marnie! 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 Das war seine Torchance. Ja, wer steht gut und sicher? Im Moment ist da kein Durchkommen. Das wird nicht gefährlich. Sie haben den Ball. Klasse aufgebracht. Er kommt an den Ball. Er hat das Bindlangen sehr, sehr ordentlich gemacht. Ganz wichtig war natürlich sein Führungszwebler. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Das war sehr gut. Das ist der. Hansa, die Maria. Tempide gut. Und das Fabrikas. 2,5 Meter weg, gut gemacht. Aufbieren. So, und jetzt ist hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Die Maria. Ivanovic. Gut gespielt, Ball geht nach außen. Jetzt könnte er flanken. Mit ihrer Fahrtsicherheit. Magde ihn. Da ist er aufmerksam, gut von Vorwärm. Und es bleibt dabei, er hält hier weiter die Nullfälle. Harry. Das zieht er ab. Da passt der Toilet auf. Schatz, Gold. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Ivanovic. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Boy. Also. Hier kommt die Statistik zum Walbesitz. Alles sehr ausgeglichen, da nehmen sie sich nichts. Jetzt die Flanke. Da V-Sitz kurz war, Hut weg. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. K-Hill. 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 Jetzt wird gefährlich. Gut abgebrocht. K-Hill ist auf der Planke. Und er hat mal geklärt. Und William. Gut verteidigt hier. Ja, das ist gut. Gut, er hat mal geklärt. Da fand der Gegend, dass der einfach muss aber anders kommen. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Jetzt können sie gefährlich werden. Und jetzt gibt's Enkel. Wird jetzt eine Auswechslung mit Schürzen geben. Jetzt muss ich gerade noch abgeschneiden. Und dann mit Schürzen geben. Vielen Dank.